Herzlich Willkommen zurück, mein Wochenende der Challenges, jetzt habe ich die Krampal Challenge erwischt und da bin ich sehr gerne dabei, weil wer mich kennt, Politik ist so wichtig. Wir haben jetzt noch genau eine Woche Zeit für den hoffentlich letzten Wahlgang in dieser Wahl und ich hoffe, wir kommen ohne blaues Auge davon. 4. Dezember, Van der Bellen und das ist meine Strophe zur Krampal Challenge. 5. Dezember, Maschen, dort und da, kaschierter Hub und Horn, wir sehen den Tafi trotzdem durch, die Schuhe kann er so spüren. 5. Dezember, Maschen, dort und da, kaschierter Hub und Horn, wir sehen den Tafi, die Schuhe kann er so spüren. 5. Dezember, Maschen, dort und da, kaschierter Hub und Horn, wir sehen den Tafi, die Schuhe kann er so spüren. 6. Dezember, Maschen, dort und da, kaschierter Hub und Horn, wir sehen den Tafi, die Schuhe kann er so spüren. 6. Dezember, Maschen, dort und da, kaschierter Hub und Horn, wir sehen den Tafi, die Schuhe kann er so spüren.